Musik Eine Nixe sitzt in der Abendsonne auf einem hohen Felsen am Rhein und kämmt ihr langes goldenes Haar. Dabei zieht sie die vorbeifahrenden Schifffahrer so in ihren Bann, dass deren Schiffe am Felsen zerschellen. Kennst du diese Legende? Und weißt du, wo sie verortet ist? Es ist die Legende der Lorelei. Der Begriff Lorelei steht seit dem Mittelalter sowohl für den markanten Felsen im Rhein als auch für die Nixe auf diesem Felsen. Heinrich Heine hat dazu das Gedicht »Die Lorelei« mit den berühmten Anfangszeilen geschrieben »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.« Mittelalterliche Legenden und mystischen Naturbeschreibungen stießen nicht nur bei Heinrich Heine, sondern auch bei anderen Dichtern der Romantik auf großes Interesse. Doch was genau bedeutet Romantik in der Literatur? Der Begriff Romantik stammt vom altfranzösischen »Romanz«, »Romant« oder »Roman« ab. Damit wurden alle Schriften bezeichnet, die in der Volkssprache verfasst wurden. Die Romantik als literarische Epoche entstand Ende des 18. Jahrhunderts und dauerte bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts an. Sie war nicht nur eine europäische Geistesbewegung, sondern auch eine Gegenbewegung zur Gesellschaft des beginnenden industriellen Zeitalters. Diese Gesellschaft ist nämlich geprägt von Versteterung und Landflucht, von Gewinnstreben und bloßem naturwissenschaftlichen Nützlichkeitsdenken. Die Romantiker lehnen diese Lebenswirklichkeit der Aufklärung radikal ab. Der bürgerliche Alltag erscheint ihnen grau, eintönig, gefühlskalt, ohne Geheimnisse und Geborgenheit. Sie ziehen sich stattdessen in private Freundeskreise zurück und fliehen in Melancholie und in fantastische oder vergangene Welten. Die Weltflucht der Romantiker ist eine Flucht in Märchen, Sagen und Volkslieder. Außerdem wird das Mittelalter mit seinem Mystizismus und der auf Treue gegründeten Ordnung zum Ideal. Der Philosophie der Romantiker nach gab es einen Bruch, der die Welt gespalten habe. In die Welt der Vernunft und die Welt des Gefühls und des Wunderbaren. Die Dichter der Romantik sehen ihre Aufgabe in der Heilung des Risses, der durch die Welt und damit durch die Individuen geht. Zentrales Symbol für die Sehnsucht nach einer Heilung der Welt ist die blaue Blume, die wie kein anderes Motiv die romantische Suche nach innerer Einheit, Heilung und Unendlichkeit verkörpert und den Glauben an das Vertrauen in das Wunderbare und in übersinnliche Kräfte. Erstmals verwendet wurde es vom Dichter Novalis. Innerhalb der Motive der Romantiker ist also die Sehnsucht zentral. Es findet sich auch in der Malerei bei Kaspar David Friedrich wieder. Aus seinen Gemälden entstehen auch das Wander- und Reisemotiv, sowie die Motive des Fernwehs und des Müßiggangs, verwendet etwa im Roman »Aus dem Leben eines Taugenichts« von Josef von Eichendorff. Beliebt ist außerdem das Motiv der Nacht, denn es verkörpert die von den Romantikern propagierte Verschmelzung von Sinneseindrücken besonders gut. Allerdings sehen die Romantiker auch Gefahren in dieser anderen Welt. Die Nachtseite ist geprägt von Teufelspakten, Wahnsinn, Gespenstern, Schuld und Tod. Diese Motive finden sich besonders ausgeprägt bei E.T.A. Hoffmann. Viele Motive der Romantik wie Liebe, Sehnsucht, Natur, Nacht und Tod tauchen auch in der in den 1980er Jahren entstandenen Gothic-Szene wieder auf. In der Romantik sind weder Form noch Inhalt festgelegt. Insgesamt streben die Romantiker nach einer Universal-Poesie, die gleichzeitig Wissenschaft, Religion und Dichtung sowie lyrisch, episch, dramatisch und musikalisch ist. Eine weltoffene, ewig unfertige Dichtungsform. Ihr Zweck ist eine Poetisierung und damit Harmonisierung der Gesellschaft. Dafür eignet sich am besten die Erzählprosa bzw. der Roman. Hier können alle Gattungsgrenzen aufgelöst werden. Nichts muss in starre Formen gefasst sein. Zudem eignen sich Erzählung und Novelle mit ihrem unmittelbaren Einsetzen der Handlung und ihrem offenen Ausgang besonders gut für die romantischen Dichter. Auch Kunstmärchen und Märchen waren sehr beliebt. Für die Nachwelt ist die romantische Lyrik die wichtigste literarische Form. Der musikalische Charakter der Lyrik, ihre Ausdruckskraft und Bildlichkeit passen zu der Weltsicht der Romantik. Die romantische Lyrik ist geprägt von einer volksliedhaften Einfachheit und einem Höchstmaß an sprachlicher Kunst sowie der von Goethe eingeleiteten Natur- und Erlebnislyrik. Zu den bedeutendsten romantischen Lyrikern zählt Novalis. Das Drama spielt zur Zeit der Romantik eine eher untergeordnete Rolle. Die romantische Komödie nach William Shakespeare und das Geschichtsdrama sind die beliebtesten dramatischen Formen in der Romantik. Bekannt ist Ludwig Tiegs »Der gestiefelte Kater«. Die romantische Ironie wird von Friedrich Schlegel kultiviert. Hier aber nicht als stilistisches Element, sondern als Prägung des Kunstwerks insgesamt. Auch Heinrich Heine benutzt jene Ironie und politische Dichtung. Bekannt ist »Deutschland – ein Wintermärchen«. Hierin zeigt er auf satirische Weise seine zwiespältige Haltung zum Poesiebegriff der Romantiker. Dennoch ist Heine einer der populärsten romantischen Lyriker. Seine Gedichte haben eine große Wirkung über die Epoche der Romantik hinaus und wurden vielfach zu Volksliedern, so auch die Loreley. Dort heißt es weiter »Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein, der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.« Solche Verse bezeichnet man noch heute als romantisch. Heute wird das Wort allerdings für einen sentimentalen Zustand des Gefühlsreichtums verwendet. bis zum Schluss.